Es war ein warmer Nachmittag, als der alte schwarze Mann namens Samuel in das schicke Restaurant an der Ecke trat. Sein Rücken war leicht gebeugt, das graue Haar sorgsam gekämmt und seine Kleidung, obwohl bescheiden, war ordentlich. Samuel war müde. Er hatte den Großteil seines Lebens hart gearbeitet, hatte Kriege überlebt und heute wollte er sich einfach ein gutes Essen gönnen. Er betrat das Restaurant, wurde jedoch sofort von den kühlen Blicken der Gäste und dem strengen Blick des Restaurantbesitzers bemerkt. Der Besitzer, ein stämmiger Mann namens Markus, der schon seit Jahren sein Restaurant führte, war bekannt für seine strenge, aber erfolgreiche Führung. Er beobachtete Samuel, der ruhig einen Platz suchte und etwas in ihm brach. Ohne nachzudenken, ging er mit schnellen Schritten auf Samuel zu. Was glaubst du, was du hier machst? sagte Markus kalt und aggressiv, während er sich vor Samuel aufbaute. Leute wie du gehören nicht hierher. Samuel schaute Markus mit einem ruhigen, aber erschöpften Blick an. Ich wollte nur ein Essen, antwortete er leise. Doch Markus ließ sich nicht beirren. Ich werde dir ein letztes Mal sagen, verschwinde aus meinem Restaurant. Wir brauchen hier keine Bettler oder Kriminellen. Die Gäste verstummten. Einige beobachteten neugierig, andere machten sich auf, den Raum zu verlassen. Unbehaglich mit der Situation. Doch niemand sagte ein Wort. Samuel, der all die Ungerechtigkeiten und Kämpfe in seinem Leben ertragen hatte, seufzte. Ohne sich zu wehren, drehte er sich langsam um und machte sich auf den Weg zur Tür. Doch bevor er das Restaurant verlassen konnte, trat ein junger Mann von einem der Tische auf. Entschuldigen Sie, sind Sie Samuel Johnson? fragte er mit großen Augen. Die Gäste blickten verwirrt auf den jungen Mann und dann auf Samuel. Samuel hielt inne und nickte langsam. Der junge Mann wirkte plötzlich ehrfürchtig. Das ist... Das ist Colonel Samuel Johnson, ein Veteran des Zweiten Weltkriegs. Ein Raunen ging durch das Restaurant. Plötzlich erhob sich eine ältere Frau in der Ecke. Mein Vater hat mir von Ihnen erzählt, sagte sie bewegt. Sie haben in der Schlacht von Bastogne seine Einheit gerettet. Markus, der Besitzer, stand wie versteinert. Sein Gesicht, das eben noch vor Arroganz und Vorurteilen strotzte, wurde blass. Das... das kann nicht sein, stammelte er. Es ist wahr, sagte der junge Mann und holte sein Handy heraus. Colonel Johnson ist ein Held. Er hat unzählige Leben gerettet. Und sie haben ihn gerade rausgeworfen, als wäre er nichts wert. Die Stille im Raum war drückend. Er schaute zu Samuel, der ruhig und stolz dastand, ohne eine Spur von Bitterkeit. Markus wurde blass. Schweißperlen bildeten sich auf seiner Stirn. Es tut mir leid, flüsterte Markus schließlich. Doch seine Worte klangen hohl. Das sollte nie zu viel verlangt sein. Ich habe nichts weiter gewollt als eine Mahlzeit. Samuel blickte ihm fest in die Augen und sagte ruhig. Ich habe für dieses Land gekämpft, damit alle gleich behandelt werden. Unabhängig von ihrer Hautfarbe. Ohne ein weiteres Wort verließ Samuel das Restaurant. Der Raum blieb in bedrückender Stille zurück und die Gäste, die eben noch zusahen, begannen zu realisieren, wie tief die Ungerechtigkeit in den alltäglichen Momenten verwurzelt sein kann. Von diesem Tag an war nichts mehr wie zuvor in Markus' Restaurant.